Wir brauchen hier eine Sicherheit, hier ein Einfluss. Und zwar können wir mit unseren Angaben, Sie sehen es ja, unsere Angaben haben alle noch mit hinten. Wir können nicht mit sich, ob wir die Spieleangaben fahren. Und damit können wir ein Süßwasser bis zu 5 Meter fliegen. Und können Salze, was auch Wasser gar nicht fahren. So, 5 Meter wird sicher, Spezialzeitrichtung haben wir dann mit dem Boden sicher. Und in den meisten Modellen, oder keine Modellen, besonders eine Lagerregelung. Diese Lagerregelung ist eine elektronische Wasserwahl. Wir haben gesagt, dass das Modell, auch in der Wasser, können wir so vorgegebenen Tiefen, die aufschneiden sind. Und zwar, ich stehe im Grunde, in dem wir nun vor, in dem ich in der Wasserfluss aufgeregt bin, wo wir ganz notwendig vorstellen, wie gefühlt wird. Und wenn ich jetzt auch nur noch ein paar, muss ich alles noch drauf geben. Oder, das war hier auch noch ein paar Einfluss. Wenn Sie tatsächlich sagen, kann ich sagen, wir haben eine Schwer- und Schwierigkeit, und wir benutzen. Diese Lagerregelung kann ja auch wirklich Starte steuern. Ja, dann haben wir hier Minikälebes Ziewulf im Wasser. Die Atomen wird es sein, wird im Normalfall auch als dynamisch taucht, das heißt Null-Geschwindigkeit ausgeliefert. Dann haben wir hier noch ein Typ 206 Alpha im Wasser. Wo ist das? Er kommt nicht hoch, nicht gerade auf Grund. Hier ist es in der Mitte. Diese Boote sind ja bis vor wenigen Jahren die Standardboote und sind durch die Boote des Typs 212 ersetzt worden. Der Typ 212 ist seitdem nicht im Wasser, sondern das modernste, was es zur Zeit gibt. Ja, denn, man kann ich jetzt selber nicht warnen, nicht hinten am Rand, ein Alpha, der Maßstab 1,50, eins der modernsten russischen Marktgebote. Sie werden dieses Boot eventuell aus dem Markt auf Roter Oktober kennen. Die Alpha, die sich dann... Ja, zur allgemeinen Technik bei den Booten, hat Klaus schon einiges gesagt. Das größere Boot kann man durchaus mit innen auf einen See fahren. Die meisten Seen lassen zu, dass man so bis halb bis ein Meter Tiefe auch das Boot noch ganz gut sehen kann. Die Lagerregelung, die Klaus schon besprochen hat, so eine elektronische Wasseranlage, ermöglicht uns auch ziemlich sicher, dort uns in dieser Wassertiefe zu bewegen. Also wir fahren nicht da drei Meter tief runter. Da würde man das Boot ohnehin nicht mehr gut sehen können. Das kann man höchstens mal mit einer Sprungkuhle im Schwimmband machen. Aber wir bewegen uns eigentlich mehr so im Bereich so bis ein Meter Wassertiefe. Ja, Beleuchtung hatte ich schon angesprochen. Das hat so ziemlich jeder an seinem Boot. Über einen Getriebemotor und eine Elektronik wird die Spritze in diese Spritze reingezogen am Wasser, die wir brauchen. Unser Boot eben weitgehend von der Wasserobertriebe, den wir dann durch Aufnahme von Fahrt noch überwinden. Ja, wir als Gruppe selber treffen uns sehr häufig an Seen, ob wir dann auf Campingplätzen, wo wir dann das Wochenende verbringen, weil wir uns sorgt dafür, dass der Empfang mehr und weniger gut so ist. Naja, wenn mein Glück hat, vier, fünf Meter rein funktioniert. Ja, wir vermissen die 85, wir brauchen die 85, die wird hier noch benötigt. Also einer von den Zeglern vorher hat die noch nicht zurückgegeben. Und die kann ich dann vorwinden. Das kann ich dafür umsetzen. Und wie ich das gegen die Länge haben will, ich sage noch mal in Wassermäheer. Da muss man praktisch verteidigen, zum Beispiel um einen Schleuchel kommt nicht auf. Das ist logisch. Wenn ich den Unterwasser aufmache, absolut gleich im Weg zum Wasser. Und ich hoffe, dass wir in den Vorführungssysteme an uns geteilt haben. Okay, also ich habe aus der Welt, und wenn wir los sind, dann ist das auch nicht genau da. Also wir haben auch ein Zeichen, die wir nicht gesehen haben. Ja, es war gar nicht nur ein Zeichen, weil wir uns nicht gesehen haben. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.